Die 120 Tage von Sodom Von Milo Rau nach Motiven von Pierre Paolo Pasolini und Donatien Alphonse-François de Sade Text und Regie Milo Rau, Bühne und Kostüme Anton Lucas, Video Kevin Graber Mit Noha Badia, Remo Boykert, Gianni Blumer, Matthias Brücker, Nikolai Gralak, Matthias Grandjean, Julia Heusermann, Sarah Hess, Robert Hungerbühler, Dagna Litzenberger-Winé, Michael Neuenschwander, Matthias Neukirch, Tiziana Pagliaro, Nora Tosconi, Fabien Filiger Pierre Paolo Pasolinis letzter Film Die 120 Tage von Sodom spielt im faschistischen Italien am Ende des Zweiten Weltkriegs Eine Gruppe junger Menschen wird gekidnappt und in einem Schloss festgehalten, wo sie zum sexuellen Vergnügen ihre Entführer missbraucht, gefoltert und schließlich getötet werden Der Film wurde wegen seiner Grausamkeit und Gewalttätigkeit verboten und zensuriert Im Fernsehen darf er bis heute nicht gezeigt werden Die Geschichte beruht auf einem Roman des Marquis de Sade, der seine Darstellung sexueller Machtausübung als eine Art Gesellschaftsdiagnose des ausgehenden 18. Jahrhunderts verstand Pasolini, dessen Film man mit Pornografie gleichsetzte und jeglichen Kunstwert abgesprochen hatte, wollte neben der Kritik am Konsumfaschismus seiner Zeit zeigen, wie die Macht agiert, wenn sie sich von der Menschlichkeit abspaltet und sie zum Objekt macht Die Gewaltorgien, das Quälen von Menschen bis zu ihrem Tod, führen uns die Sinnlosigkeit des Lebens vor Augen Denn wie kann nach der Auslöschung alles Menschlichen, nach diesen Höllenkreisen überhaupt noch etwas Menschliches entstehen? Der Schweizer Theatermacher Milo Rau entwickelte sein Theaterprojekt von den 120 Tagen von Sodom gemeinsam mit dem Theater Hora und Schauspielern des Schauspielhauses Zürich Er wurde 1977 in Bern geboren und arbeitet als Autor und Regisseur Zu seinen international gefeierten Produktionen gehören unter anderem Die Zürcher Prozesse, in dem er der Weltwoche auf der Theaterbühne den Prozess machte The Civil Wars und The Dark Ages Eine politische Psychoanalyse Europas Oder Mitleid, die Geschichte des Maschinengewehrs Ein Theaterabend über eine Reise zu den politischen Brennpunkten unserer Zeit So wie Five Easy Pieces, einem Stück über den Kinderschänder Dutroux Das Theater Hora ist das einzige professionelle Schauspielensemble von geistig behinderten Menschen in der Schweiz Es wurde 1993 von dem Regisseur und Theaterpädagogen Michael Elber gegründet Der bis heute künstlerischer Leiter des Ensembles ist Mit seinen Produktionen hat das Theater Hora sich weit über die Schweizer Grenzen einen Namen gemacht In seinen Inszenierungen ist die Behinderung der Schauspieler immer wieder Gegenstand der Darstellung Auch in dieser Produktion fehlt diese Auseinandersetzung nicht Die Zusammenarbeit mit den Schauspielern des Theater Hora Mit ihrer ungeheuren Leidenschaft für das Theater Führte uns alle an dessen Ursprung zurück Das Spielen Außerdem zeigte sie uns, wie vorbehaltlos und zwingend diese Kunstform sein kann Mit die 120 Tage von Sodom führt Milorau seine Untersuchung über die Grenzen des auf der Bühne Ertrag und Darstellbaren weiter Und transferiert den Stoff ins Heute Er nennt diese Arbeit eine Schule der Gewalt Und zugleich eine Schule der Zartlichkeit und Mitmenschlichkeit Die Themen Gewalt und Sexualität, Vergewaltigung und Abtreibung, Tod und Leid, Tabus und Normvorstellungen Und nicht zuletzt das Theater selbst mit seinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten werden auf der Bühne verhandelt Dabei arbeitet er auf verschiedenen Ebenen, die miteinander interagieren Es werden Szenen des Films auf der Bühne und auf der Leinwand nachgespielt So wie zwei Szenen aus einem früheren Pasolini-Film, dem ersten Evangelium Matthäus Eine weitere Beschäftigung mit dem Stoff zeigt sich in Form von Monologen und Interviews Die alle miteinander in Kommunikation treten und nach wiederkehrenden Prinzipien und doch assoziativ angeordnet die Inszenierung bilden Jetzt bin ich ver signature in Abtreibung Vielen Dank.